Moin Moin hier, Neustarden und damit ein herzliches Willkommen zu Best Fins, Ziele, Besiege 8 Nacktschnecken und mein Name ist Nacktschnecken Coxie. Nein, Maro Coxie ist mein Name. Und das wollte ich eigentlich jetzt gar nicht. Aber auch nur eigentlich. Nein. Ja, so bin ich. Das habe ich. Jetzt haben wir hier so einen Luftraum. Das ist nicht gut. Das nächste Mal machen wir das hier weg. Ja, wir spielen hier wieder Best Fins. Ich bin immer noch am selben Tag. Und das ist jetzt, glaube ich, Part 4. Und ich bin wieder fleißig an der Vorproduktion dessen geilen Spiels. Super. Das war wirklich super. Das war so super, dass wir nur noch sechs Nacktschnecken töten müssen. Das nur noch könnt ihr in Anführungszeichen setzen. Nein. Dann machen wir das hier mal weg. Dann machen wir als nächstes das weg. Och, das geht ja mal wieder gar nicht. Das wird hier mal wieder außerordentlich knapp. Da müsste schon ein Wunder passieren. Das ist ja noch schlechter wie vorhin. Also, die Gewinnchance. Also, die Gewinnchance. Wenigstens kriegen wir jetzt eine Trostkiste. Das ist richtig geil hier, diese Aufkleber zu suchen. Ist gar nicht so schwierig. Freunde, um Energie zu bitten. Ja, Level 16. Was ist denn das? Drehen für Energie. Du hast heute bereits alle deine Freunde um Energie gebeten. Lade weitere Freunde an und bitte sie um Energie. Hä? Ist das Game jetzt beendet oder was? Hey, das kann kein 5 Minuten Part werden. Das geht nicht. Das geht nicht. Ach, das kann doch nicht angehen. Was ist denn das? Das ist blöd. Das ist wirklich blöd. Und ich verstehe es nicht. Ach, nö. Drehen können wir es in 4 Minuten. Wir können auch gar nicht mehr angreifen. Das ist echt blöd. Haui. Den lassen wir mal noch wachsen hier. Den auch noch. Oh, das ist ein bisschen teuer. Haui. Auch ziemlich teuer. Den haben wir noch nicht. Aber Brittle, der geht. Ich glaube, da muss ich das Spiel jetzt erstmal hier so notgetrunken beenden. Da ist die Energie. Mehr in 3 Minuten. Nee. Ja, das habe ich jetzt nicht gewusst, dass man da um so eine Energie braucht. Ja, dann sage ich einmal, machen wir einen Cut. Verdammte Scheiße. Weiter geht's mit der Reise. Und damit ein herzliches Willkommen zum zweiten Teil von Best Fiends. Mein Name ist Mark Coxie und... Pardon. Vorhin, ja, habe ich festgestellt, dass wir 0 von 20 Blitze haben. Und das stellt nämlich die Energie dar. Und da konnten wir dann einfach nicht mehr weiterspielen. Jetzt geht's aber weiter und ich bin glücklich. So. Mit was beginnen wir denn jetzt? Fangen wir erstmal mit dem an. Machen wir mit dem weiter. Das ist jetzt natürlich schwierig. Aber ich glaube, wenn wir so rum... Egal. Das war gut. Unser Ziel ist es, acht Nacktschnecken zu besiegen. Und ich glaube, das kriegen wir hin. Och, dass das hier auch so blöd sein muss. Manchmal ist das echt verzwickt. Ich glaube, das ist ein bisschen schwarz. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie wir das Ganze hinkriegen sollen, wollen, müssen, füssen. Aber momentan sehe ich da ein bisschen schwarz. Oh nein, das schaffen wir nicht. Da muss schon was passieren. Was Positives wohlgemerkt. Ah, sehr schön. Weiter hat es nicht so viel abgezogen. Das war's. Hey. Spuckt ihr mir ja einen Zahn hier rein? Nein. Doch. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Jawohl. Dennoch schaffen wir das Ganze nicht. Wobei... Jetzt hätten wir eine Chance. Grün ist immer gut. Naja, wir machen es einfach. Das wird knapp, Leute. Wir haben noch vier Züge und drei Stecken zu töten. Das wird wirklich knapp. Halt. So. Halt. So. Oder so, ja. Oh, jetzt sieht's wieder schlecht aus. Wobei... Dann müssten wir ja fast... Das Ganze hier anders angehen. Nein. Er ist so hoch. Jetzt so, so, so. So ist am besten. Ah, shit. Das war der letzte Zug. Der faul letzte. Oh. Das ist nicht gut. Ja, keine Chance. Kriegen wir nicht hin. Das war wieder ein Ticken zu knapp. Tja, müssen wir nochmal von vorne starten. Da bleibt uns nichts anderes über. Wir waren es einfach. Ja, war doch jetzt gar nicht so schlecht. Das geht. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Sehr gut, 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 am gutesten. Hm. Ja, machen wir mal so. Ah. Ich mache jetzt hier erstmal die drei grünen. Vier grüne. Vier grüne. So ein Mist. Das Ganze hat jetzt nicht mehr locker gelassen. Ja, machen wir das. Ach, das geht ja mal wieder gar nicht. Mist. Oh, Leute. So kriegen wir das nicht hin. Nein, nein. So wird das nichts. Ich hoffe, dass da noch was Gelbes kommt. Was das natürlich mal wieder nicht tut. Wieso denn auch? So, jetzt haben wir ein bisschen gelb. Oder auch doch nicht. Mist. Aber jetzt. Jetzt können wir einmal so. Jetzt ist es natürlich... Einmal so, 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 so. Ach. Aber wir machen es einfach. Was anderes fällt mir jetzt da nicht ein. Das Grünes wäre nicht schlecht. Das schaffen wir wieder nicht. Das kriegen wir nicht hin. Wir hängen jetzt an diesem Level fest. Das war's. Ende. Ja, leider zu spät. Wir sind ja gleich weit wie vorhin. Wenn nicht noch schlechter. Das war's. Aufgehen. Links. Gut. Neu starten. Komm, wir drehen einmal im Glücksrad. Hallo. Ach so. Das könnte jetzt was werden hier. Das sieht gar nicht so übel aus. Das sieht gar nicht so übel aus. Wir brauchen noch einen. Einen brauchen wir noch. Einen fleißigen Helfer. Der uns irgendwie hilft. Na. So, wenn das jetzt... Och nee, jetzt hat sich das natürlich auch wieder vorgeschoben. So. Halt, wir nehmen erst das. Und jetzt können wir hier ein paar blaue. Dann machen wir hier lila. Da gibt's was grünes. Ach. Bzzz. So. Ja, das ist jetzt natürlich... Blöd, ne? Aber... Das hätte uns ja schlimmer treffen können. Das ist gut. Hm. So. Nehmen wir den Diamant auch noch mit. Das wäre jetzt natürlich ziemlich nett, wenn wir noch das Level hier schaffen würden. Ja. Was ist denn das hier? Ha! Ha! Uuh! Das war Glück! Hey! Och, ich wollte eigentlich das Rad drehen. 70. 75. 75. 3. Jawoll. Jetzt aber Glücksrad. Och, das ist ja mit Werbung. Ach, das ist schon ganz verdrängt. Das ist gut. Ich weiß, das war voll asynchron. Ich weiß, das war voll asynchron. 30. Na ja. 10 Minuten können wir wieder zurück. Ich würde sagen, ein Level schaffen wir noch. Und zwar das Level 17. Oh. Da fangen wir jetzt natürlich hier an mit Grün. Eine Oh. Ha. Wie um Himmels Willen kommen wir an die Kiste. Das war jetzt nicht so gut. Ja, wir müssen da irgendwie ran. Ach, Gott. Das geht nicht. Das macht es jetzt natürlich wirklich nicht einfach. Ach, ja. Ah, ja. Ging eigentlich. Ach, ja. Ah, okay. Schwupp. Da müssen wir dann so. Und dann haben wir eine Kiste. Ja. Pensum erfüllt. Sehr gut. Was ist eigentlich, wenn wir hier noch an die zweite rankommen? Ja. Bombastisch. Jetzt nehmen wir hier erstmal die hier raus. Dann hier grün. Und jetzt hier die gelbe Blüten. Ah, das passt mir jetzt gar nicht rein. Aber das ist sehr gut. Das ist sehr, 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 sehr gut. Ja, das schaffen wir. Hoffe ich doch zumindest. Da kommt ja noch was gelbes. Tatsächlich. Man muss wirklich so hier erst in diese Richtung. Das ist jetzt natürlich etwas ungeschickt. Das ist wieder geschickt. Und das ist auch schon wieder der Alarm. die Gäbe. Ah, leider kommen wir da nicht mehr weiter. Oha. Das wird knapp, Leute. Aber ich habe ja noch Hoffnung. Die stirbt ja bekanntlich zuletzt. Okay, wir kriegen es hin. Hoffe ich doch. Ja. So, dann machen wir hier einmal ständig herunterfahren. Klasse, gut haben wir es gemacht. Scheint, dass man nicht sieht, was in den anderen Fenstern gewesen wäre. Ja, Level 18, wir kommen so langsam hier immer näher in die Arktis. Wir verlassen das Warme, wechseln über ins Kalte. Das erinnert mich jetzt, der Winter steht wieder vor der Tür. So ein Mist. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.